Hallo, ich bin der Dirk Teseo und ich bin Testingenieur bei der Class A System seit fünf Jahren etwa. Ich bin hauptsächlich verantwortlich für Teststrategie bei uns. Da geht es um Prozesse, Dokumentation, Definition, wie man das macht. Und was das Projekt angeht, bin ich hauptsächlich verantwortlich für Testmanagement-Themen, für verschiedene Plattformen wie unsere S10-Turner und auch unsere Tablet-Software. Ein Teil davon wird hier am Schreibtisch getestet und die etwas umfangreichere Tests, die findet im Labor statt. Hallo, ich bin Martin. Ich bin hier seit etwa drei Jahren bei Class A System in der Testabteilung. Meine Aufgaben sind die Testautomatisierung von Steuergeräten. Aktuell teste ich hier ein Kommunikationssteuergerät, was hier vorab getestet wird und dann die finalen Tests auf der Maschine erfolgen. Hi, ich bin Leo, bin 22 Jahre alt und bin jetzt seit März bei der Class E Systems. Vorher habe ich ein duales Studium bei Class gemacht im Bereich Mechatronik und bin seitdem Testingenieur in der Abteilung Test- und Validierung. Gerade bin ich dabei, hier auf meinem realen Schlepper die ISO-Bus-Kommunikation zu testen. Ich bin Leo, bin Leo, bin ich dabei, hier auf der Maschine. Ich bin Leo, bin Leo. Benio, bin Leo. Well, ich bin Leo, bin Leo. Vielen Dank.